Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Wasteland. Wir sind hier bei Baupart Nummer 2. Wir gehen direkt auf den Server. Wie ihr es schon mitbekommen habt, hoffe ich, habe ich ja angefangen Sachen zu farmen und... Oh, ich bin hier noch mal F5. Ich habe ein paar Viecher. Ich bin aber alleine hier. Keine Monster? Nope. Die Sachen liegen auch noch alle um, also der Tank wurde nicht geladen. Das heißt, ich kann... Oh, hier können wir eine Fackel hin. Das heißt, ich könnte hier mal ein bisschen weitermachen. Ich habe gerade noch ein bisschen Marvel gefarmt. Zwischen der letzten Folge ist übrigens ein bisschen Zeit vergangen, weil ich auch ein bisschen überlegt habe, wie ich denn dann den Turm baue. Wo denn das Ganze dann sein soll. Ich hätte Bock, so einen richtig klassischen Magieturm zu machen. Quasi unten fängt eben diese Base an. Und dann nach oben hin wird er wieder schmaler. Und dann am obersten Ende kommt dann eben so eine Kuppel. Also einfach nochmal so ein Ende kommt, so ein schönes. Da hätte ich ziemlich Bock drauf. Und mal gucken. Ich könnte mal... Wo war denn das? Warte mal. Ich habe mich ja letztes Mal hier irgendwo weggegraben, weil da war ja ein Zombie. Der dürfte ja wieder da sein. Oder immer noch da sein. Ich glaube, ich höre ihn auch. Wo war denn das? War das hier? Ja, das war da. Er kann hier nicht raus. Durch, ne? Ich kriege immer Schaden, wenn ich ihn hitte, ne? Ne, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Das lassen wir mal. Ich möchte jetzt ungern sterben. Vor allem halte ich nicht mehr viel Zeit, dann aufzunehmen, weil ich ja eben gerade viel aufnehmen möchte. Okay, ich muss nur aufpassen, dass ich mich jetzt nicht zu dem dann reingrabe. Wäre jetzt ungünstig. Und ja, was ich mache, ich farme viel Stein. Ich kann ja auch so andere Sachen mal ein bisschen mitnehmen. Wenn es schon da ist. Nö. So. Hier ein bisschen Stein. Mach mal wieder zu. Gut. Dann hat sich das schon wieder. Gehen wir hier lang. Und einfach ein bisschen Stein mitnehmen. Ne? Einfach ein bisschen farmen. Hier sind... Sind das an... Ja. Simpel für Steine. Ach man, dieses... Switchen, ne? Ich muss aufpassen. Ist hier ein Epischer dabei? Ne, ist keiner. Aber ich kann ein bisschen XP farmen. Ich habe 32 Level. Wow, okay. Ich sollte auf jeden Fall später mal... Ähm... Dings machen. Ach, dieses Menü. Ähm... Dings machen. Ähm... Dingsi, Dingsi. Na, fällt mir nicht ein. Aber was wollte ich machen? Warum fällt es mir gerade nicht ein? Gedankliche Aussetzer. Ähm... Haben wir noch ein bisschen Co, oder? Haben wir noch irgendwas mit... Wo ein voller Stack ist? Ne. Ähm... Ach, da ist er ja schon wieder. Erneut? Hallo. Erneut? Hallo. Anscheinend... nimmt er auch auf. Ich habe gehört, der Flu ist immer Wochenends hier auf dem Server und arbeitet da weiter. Ich finde es praktisch, dass der Hammer eben nicht die Silber für Steine so abbaut. Solange halt jetzt nicht alles, so ein ganzer Rahmen irgendwie in Silber für Steine ist. Aber gut. Hier ist so ein bisschen Kupfer, glaube ich, ne? Äh, Kop... Ja, Kopper ist ja Kupfer. Man wollte gerade sagen, nee, nee, Kopper ist es. Aber so weiß sind meine Englischkenntnisse dann doch. So, da ist wieder Wasser. Unser Zeichen hier nicht mehr weiter zu gehen. Gehen wir halt mal hier lang. Hier ist ja auch Kohle. Da ist der Compressed Skeleton. Den würde ich ungern töten. Oder kämpfen. Einfach aus dem Grund, dass, wenn ich gegen den kämpfe... Oh, ich hätte gerne das Marble, ne? Aber der Typ ist genau unten drunter. Ähm, wenn ich den gegen den kämpfe und den töte, hätte ich das Problem, dass ja neun weitere spawnen. So. Aber die spawnen. Das heißt, es können auch dann alles Epische sein, wenn ich richtig viel Pech habe. Und dann bin ich halt einfach mal... Sollen wir da mal kurz reingucken? Okay, es geht nicht weit. Okay. Gut. Gut, gut. Dann lassen wir das mal. Gehen wir mal weiter hier entlang. Wir gehen gerade auch aus der Base raus, sehe ich. Gerade. Gehen gerade aus der Base raus. Aber das soll mich nicht stören. Limestone. Schon wieder verbessert. Was haben wir jetzt? Achso. Ah, okay. Die Spitze hat sich... Äh... Skill Level... Äh... Comfortable Mining XP boosted. Boost. Kriege ich mehr Erfahrung jetzt halt. Warte mal. Ich kriege ja eins pro Block, ne? Ich habe hier jetzt halt 42. 42... Ne, ist gleich. I don't understand this. Ich gehe hier mal ausleuchten. Denn je mehr wir ausleuchten... Ja, I have failed. Ich wollte gerade sagen, je mehr wir ausleuchten, desto besser ist es natürlich vom... Ähm... Von der Spawn-Rate her. Aber dann ist mir eingefallen, je mehr wir ausleuchten, desto mehr... Also desto weniger Platz ist, dass die Viecher irgendwo spawnen können. Heißt, die spawnen dann konzentrierter mehr dort, wo... Ja, wo wir irgendwas freibauen. Hm... Hier vielleicht diese... Was ist das? Okay, das ist ein Schad, ne? Ähm... Da sind ein paar Bärenbösche. Ist hier irgendwas Cooles? Ich glaube, das ist Silber unten. Der Flu ist am Schlafen. Okay. Ich baue hier mal lieber zu, ne? Man weiß ja nicht, was davon kommen könnte. So. Gut. Ähm... Goodies. Bauen wir hier weiter lang. Das Ding verbessert sich doch ganz schön schnell, wenn man einfach durchgeht. Aber ich habe auch Reinforced 3 halt drauf, ne? Das haut halt schon... Ordentlich rein. Hier ist wieder eine Höhle. Schauen wir mal... Ich... Schnell weg hier. Schnell weg hier. Huh. Aber der kann mir, glaube ich, nichts tun, wenn ich das gleiche mache wie beim anderen. Bilde ich mir ein. Komm rein. Ich meine, einen Hit kann ich ja so oder so aushalten. Na, komm rein. Wie locke ich den denn jetzt her? Ich würde ja gerne solche Typen töten, ne? Einfach aus dem Grund. Hallo? Ist der jetzt irgendwo runtergefallen? Ready, Kane. Okay. Komm her. Ja. Komm her. Na, komm. Du sollst dich... Jetzt hat er sich selbst eingesperrt, oder was? Was für ein Nap ist denn das? Na, komm. Ja, ja, ja. Komm. Ja, hahaha. Er ist selbst in seinem eigenen Spiel. Au. Ich ertrinke. Seht ihr das da unten? Ich würde ertrinken. The fuck? Komm, nochmal. Oh, das ist ein Helm. Okay. Wahrscheinlich ein normaler einfach nur gewesen, ne? Irgendwas interessantes dabei. Koppel. Ah, String. Fire Projection. Respiration. Respiration. Was ist denn Respiration? Ich sollte schon ein bisschen vorsichtiger hier rumlaufen. Ich leuchte trotzdem... Oh, das Kupfer. Ein Kupfer. Kann nichts passieren. Danke. Essenz-Bernbüsche. Oh, hier geht's weit runter, ne? Hier geht's gefährlich weit runter, aber Essenz-Bernbüsche. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Je mehr von denen, desto besser. Ach, die Knochen sind natürlich auch nice. Na, warte mal. Hier so, zack. Zack, zack. Und mein Ding ist voll. Ich muss also bald zurück. Problem ist nur, ich kann hier nicht wirklich irgendwie direkt runter. So, ein bisschen Platz zu machen. Ich höre irgendwas. Okay, das ist eine Spinne. Weg hier. Mach mal mal zu. Mach mal mal zu. Ist ja ganz interessant, aber wir werden noch mehr als genug Hüllen finden. Und ich möchte jetzt nicht drauf gehen. Das ist, wie gesagt, das Letzte, was ich gerade möchte. Oh, da kommt jemand. Ein normaler Zombie? Ja. Aber da kommt Zombies. Also sollte ich mich beeilen und denen auch noch mitnehmen? Ähm. Das läuft mal aus. Das nehmen wir noch mit. Ich meine, ich höre jetzt nichts. Ich höre jetzt nichts. Aber nicht ganz zu. Aber nicht ganz zu. Einfach nur so ein bisschen. So. Dann kann auch nichts hochkommen. Ist zumindest zu. Hier ist noch mal Eisen. Wir machen mal mit. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus. Gehen wir wieder hoch. Wir haben genug Stein gesammelt. Wir haben auch viele andere Sachen gesammelt. Kann man nichts sagen. Und. Hier können wir auch noch mal kurz ausleuchten. Ah. Hier ist Holz. Hier wird Foxy's Ding drunter sein, ne? Oder? Also. Ja. Ich könnte halt jetzt darüber rausgehen. Und. Wäre so schneller zurück. Hier ist noch mal. Oh. Das ist noch mal Eisen. Nehme ich zumindest ein bisschen was mit. Komm. Zack. Hier ist noch mal Kopfer. Ah. Das ist jetzt ein bisschen eklig zum abbauen. So. Gut. Guti. Eisen. Haben wir ein gutes Stückchen mitgenommen. Warum nicht? Ich meine Eisen können wir immer brauchen. Ne? So. Und da ist Foxy sein Ding. Also nicht sein Ding Ding. Sondern. Sein. Ihr wisst schon. Seine Base. Dürfte da sein. Das ist genau. Ja. Das ist genau da drin. Ach. Ich. Ich wäre halt schnell wieder oben. Es wäre halt irgendwie auch super doof. Hier sollte ich weggehen. Bevor ich reinfalle und meine ganze Sachen verliere. Ich kann mich ja. Ich kann ja noch ein bisschen was mitnehmen. Ich kann mich ja eigentlich straight nach oben bauen, oder? Außer, dass mir Wasser entgegenkommt. Dürfte ja nichts passieren. Olk join the game. Hallo. So. Aber die Wege zurückzufinden ist ja auch relativ schnell zu machen. Ne? So ist das ja nicht. Ich muss nur finden. Ich muss nur meine Wege finden. Da ist Wasser. Das sieht meine an. Wasser, Wasser. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Wie gesagt, Kupfer brauchen wir, wenn dann, nur für die Maschinen größtenteils. Ich meine, dafür lohnen sie sich auch am meisten. Komme ich hier schon hoch? Ne. Jetzt muss ich mich erstmal aus meinem Urgarten hier rausfinden. Ich baue halt auch immer kreuz und quer. So. Aber da kommen wir doch hier hoch. Genau. Da kommt gleich der Ausgang. Da sind wir nicht runtergeplopst, ne? Ja. Komme ich noch am besten hoch. Irgendwie sowas hier. Ja. Zack. Zack. Machen wir hier eins weg. So. Das ist hier der Gang, ne? Jawohl. Wir kommen ja hoch, ne? Wir können es ja. So. Und dann, würde ich mal sagen, machen wir uns erstmal ein paar Öfen. Und mit ein paar meine ich einige, weil wir brauchen sehr, sehr viel Stein. Sehr, sehr viel Stein. Was brauchen wir denn gerade nicht? Komm, das ist eine Zin-Dinge. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Wo sind die Öfen? Da. Irgendjemand hat mir ja welche geklaut. Das fand ich jetzt nicht so toll. Aber, na gut, ne? Was will man machen? Man kann es ja nicht aufhalten, die Leute. Achso. Dummheit. Das bringt mir ja viel mehr, wenn ich... Was passiert, wenn man Marble reintut? Kann man das? Kann man Marble da reintun? Ne. Ich tue schon mal ein Koppel rein. Und dann tue ich erstmal alles raus, was ich hier nicht so brauche. Ich brauche zum Beispiel Schatz nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Die könnte ich gleich aufstellen. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Ja, Taumeter brauche ich auch gerade nicht. Aber ich nimm's... Ich lasse lieber drin, ne? Bevor es mir jetzt klaut. Ähm... Kofferbeerenbüsche brauche ich gerade nicht. Ach komm, dann lasse ich die erstmal drinnen. Theorid brauche ich nicht. Erde brauche ich nicht. Antisid brauche ich nicht. Koffer Ohr. Lasse ich auch mal da drinnen jetzt. Dann lasse ich die Eisen auch einfach mal drinnen. Obwohl, Eisen kann ich ja direkt schmelzen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Habe ich einen Eimer noch da? Nö. Advanced Light, suffocated in the wall. Öl. Okay. Okay. Hier hat keiner mehr nachgepumpt, ne? Hier sind wir nur noch so... Wenig drinnen. So, dann packe ich hier einfach nochmal den Rest rein. Zack. Dann schalte ich mal auf Eisen. Und dann lasse ich einfach mal ein paar Eisendinge abfüllen. Wäre wunderbar. So. Ähm... Holen wir uns mal den Stein. Und die Kohle. Ah, genug Platz für alle haben wir nicht. Auf jeden Fall hier. Zack. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht, ne? Ich kann da leider nicht sagen, wie die Rechnung ist. Das kann mal raus. Oh. 35 Level. Oh. Ähm... Hier ist auch noch ein bisschen. Zack. Zack. Und... Zack. So, das ist alles, wo man ein bisschen arbeitet. Da ist noch genug drin. Da ist nicht mehr genug drin. Da ist noch drin. Da packen wir einfach auch schon mal was rein. Das deshalb arbeitet, ne? So. Warte mal. Dann packe ich die Steinsachen einfach mal hier rein. Damit ich weiß, dass da das Zeug ist. So. Holen wir noch den Rest hier raus. Und ich meine... Marble. Marble kann ich, glaube ich, schüsseln, ne? Wenn ich mal hier die Schüssel in die Hand nehme. Ja, kann ich... Oh, da kann ich schöne Blöcke draus machen. So. Forschungslabortechnisches Zeug. Da wird uns was einfallen, auf jeden Fall. Da wird uns noch gut was einfallen. Lass ich mal mit dem TAR ein Stack. Äh. Falsch. So. Das lass ich mal da drin. Und dann... Haben wir noch Kohle? Hier irgendwo rumliegen? Ne. Haben wir nicht. Ich kann ja noch ein bisschen was holen. So ist das ja nicht. So. Obwohl, so viel brauche ich gar nicht, ne? Ich glaube, so ein halber Stack reicht. Ein halber Stack dürfte reichen. So. Dann schauen wir mal. Hier. Zack. 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 Zaggi. Zaggi, zaggi. Hier packen wir noch ein bisschen rein. Da packen wir noch ein bisschen rein. So geht das halt echt schnell. Gut. Ich brauche aber viel mehr noch. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Ich kann noch mal kurz runtergehen und noch mehr Stein holen. Oder ich könnte noch mehr Ohrhöfen machen. Ähm. Ich habe hier auf jeden Fall viel Essen, was ich gerade gar nicht brauche. Ich mache mal so. Dann fällt es mal auf. So. Zack. Gut. Dann packe ich das mal da rein und die repariere ich jetzt endlich mal. Ähm. Flint. Da. Das blöde Ding, ne? Die könnte ich ja in der Zwischenzeit mal upgraden. Das habe ich immer noch nicht gemacht, obwohl ich es schon längst gemacht hätte können. Ich glaube Andesid, ne? Andesid kann ich drauf packen. Direkt. Haben wir hier eine Schaufel? Ja. Ja. Da gehe ich hier mal auf Molten Alamite. Nein. Ey. Ähm. So. Habe ich Alamite? Ja. Das dürfte, das passend hohe sein. Gib mir doch die Kiste. Danke. So. Dann kommt das wieder da rein. Ähm. Das tue ich auch mal da dazu. Das auch. So. Wunderbar. Und jetzt habe ich Alamite rausgegossen. Na, warum nicht? Komm, lassen wir mal zwei rausgießen. Ich meine, da ist echt viel drin. Da können wir ruhig mal ein bisschen was rausgießen lassen. Zwischenzeitlich. So. Komm, machen wir mal zwei davon. Jeweils vier der Dinger. Das einfach mal ein bisschen was draußen ist, weil das Ding ist halt echt gut voll. Also, wir könnten es jetzt langsam mal vergrößern, ne? Weil wir können einfach Steine einschmelzen und dann werden die, wird davon mehr. Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten, ne? Weil, ja. Wird halt langsam gegen Ende. Ist noch sleeping. Schläft er auch oder soll ich auch noch schlafen? Warte, geh mal schlafen. So. Dann sind alle glücklich. Ich will mal darum auch noch was rumsetzen, ne? Dass man da nicht Zugriff drauf hat. Ach, und ich kann die Schafe vermehren. Das wäre was, worüber sich der Schack, beziehungsweise allgemein die Mehrheit freuen würde. Weil wir haben schwarze Schafe. Ich musste gerade überlegen, ob man das schon in der Folge gesehen hat, ne? Nicht, dass ich irgendwie Spoiler. Hä? Ach, man braucht Seeds für euch, ne? Oder? Oder hat man erst euch... Boah, was essen Schafe. Ihr ist auf jeden Fall Seeds, ne? Oder? Auf jeden Fall, hier sind wir auf dem Eier. Okay. Sorry. Ich bin hier rumgebaggelt. Hä? Die essen doch... Schafe essen doch auch Weizen, oder nicht? Weizen oder so? Doch, Weizen essen die. Klar, oder? Ach, ich sehe es einfach nicht. Ach, ich sehe die Animation davon einfach nicht. Ah. Ja, ja, klar. Hier sind sie doch. Ah, ich dachte schon. Oh nein, ich habe ein Feld kaputt gemacht. Ich habe keine Hacke dabei, ne? Nein. Nicht meine Felder. Meine guten alten Felder. So, was wollte ich machen? Ähm, upgraden, ne? Genau. Wo wollen wir denn das Zeug dazu hin? Kann ich das hier machen? Dürfte, ne? Dürfte auch hier gehen. Meine Aufnahmezeit ist aufgebraucht. Ach, da mache ich noch schnell das hier. Ach, weil sie jetzt nicht mal ganz voll ist, ne? Machen wir halt noch eins rein. So. Jetzt ist aber ganz voll. So. Reinforced 2. Boah, Mining Speed. Warte mal. 4 auf 7, 9. Fast doppelt so schnell. Ja, das geht eigentlich. Meine Handschuhe habe ich auch, ne? Genau, da könnte ich jetzt noch Ding drauf packen. Ähm. Dingsi, Dingsi. Haste. Vielleicht habe ich das auch noch. Habe ja noch Modifikationen dafür. Auf jeden Fall frei. Acoustomed. Ansonsten. Haben wir heute nicht mehr viel zu tun. Ich packe das Zeug mal da rein. So, was haben wir noch, was wir reinpacken können? Und die Sticks, ja, die kann ich ja nicht mal da lassen. Die brauchen wir noch. Und. So, und so, und so, und so. Das haben wir alles. So viele Fakten brauchen wir gerade nicht. Die ganzen Inventarsachen hier. Krass. Gut. Gut, gut. Entleeren wir halt einmal. Kriegen ordentlich Level. Vielleicht verzauber ich dann mal was. Aber was ist die Frage. Haben wir den Zaubertisch da stehen lassen? Ja, ne? Da drüben. Ich meine, die sagen kann ich ja nicht verzaubern, ne? Das ist ja klar. Kann ich irgendwas verzaubern hiervon? Ne. Ich könnte... Kann ich die verzaubern? Ne. Ich könnte mir eine... Rüstung machen. Und schauen, was rauskommt. Oder einen Bogen. Ein Bogen wäre eine Idee. Ach so, wir haben gar nicht genug Bücherregale. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann. Gut, Leute. Wir wollen natürlich nicht zu viel überziehen. Wir sind ja eh gleich wieder auf dem Server. Und deswegen würde ich ja mal sagen, Leute. Das war's für heute. Also, für diesen Part für heute. Der dritte Part kommt gleich. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag. Wir sehen uns. Und tschüss. Tschüss.